jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem video und ja leute im heutigen video möchte ich zeigen wie ihr solo alle zwei bis drei minuten 15.000 erp bekommen könnt das ganze funktioniert leider nur auf der playstation 4 das ganze machen wir mit den community jobs denn dort ist ein stand rennen mit einem verpackten weltrekord nutzen glitsch auf jeden fall aus solange noch geht weil rockstar ist da immer ziemlich schnell kann sein dass der wird rekord morgen schon anders ist oder übermorgen deswegen nutzen einfach noch so schnell aus solange noch geht und dann würde ich sagen dann lass uns direkt los starten wir begeben uns zunächst einmal in irgendeine beliebige online sitzung den namen options auf online auf jobs jobs spielen auf die community jobs dann trennen und dort starten wir einen job straight later jungs jetzt hier im job in ihr angekommen stellt am besten so drei runden ein renntyp auf gta ansonsten braucht ihr gar nichts umzustellen klasse lassen wir einfach gelände wagen jetzt ganz normal den job starten ist das rennen jetzt gestartet werdet ihr sehen dass der weltrekord bei zwei minuten 14 liegt sollte jetzt unter zwei minuten liegen dann ist er auf jeden fall gepatcht und dann braucht ihr euch auch gar nicht mehr die müde zu machen das was wir machen ist einfach das rennen ganz normal fahren ihm ist einfach nur geradeaus fahren und beim letzten jackpoint bleibt ihr dann stehen und dann wartet ihr ungefähr so bis zwei minuten 12 2 minuten 13 fahrt dann ins ziel rein dann werdet ihr sehen dass jetzt schon die ersten 15.000 rp bekommt wir fahren jetzt als nächstes wieder die nächste runde bleiben dann auch wieder vom ziel stehen fahren als ungefähr bei zwei minuten 11 oder zwei minuten zwölf rein haben dann schon wieder die nächsten 15.000 rp und das könnt ihr die ganze zeit durchgängig machen wenn ihr die reihe drei runden fertig gespielt habe bekommt dann zusätzlich noch mal 5000 rp und ein paar 20.000 gta dollar startet das rennen einfach noch mal neu und dann wird der weltrekord auch wieder bei zwei minuten 14 liegen und ja leute das war es auf jeden fall schon mit einem kleinen aber feinen video ich hoffe das hat euch gefallen wenn es dir so sein sollte würde es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein like da lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao ciao